Hey Leute, was geht? Keta begrüßt euch zur zweiten Folge. Yo. Wir sind immer noch zu viert und endlich kann ich aus dem scheiß Labyrinth raus. Yeah! Boah, das ist wahrlich ein Irrgarten. Da wird man nämlich irre in dem Ding. Hey, da oben ist der irgendwo. Ja stimmt, da ist Deadshot. Habt ihr eigentlich auch so ein Schulfoto bekommen, als ihr euch da abgeholt habt? Das ist mega komisch. Lass mal gucken, ob hier irgendwo noch Juggernaut ist. Also da ist auf keinen Fall in dem Gebäude Juggernaut. Ich weiß nur, wo Quick Revive ist. War das mit dem hier? Alter, schon wie das so irgendwie komische Farben. Hier drin ist eine Perkflasche. Die Toiletten? Vielleicht. Kann man da irgendwas Spezielles mit machen oder so? Vielleicht F? Vielleicht öffnet sich irgendwas. Nee. Hey Keta, ich hab nur eine Perkflasche gefunden. Felix, du hast ja noch ein paar Punkte, ne? Ja. Kannst du mal die hier aufmachen? Ja, klar. Gut. Weil da durch den Gang gab es dann auch noch eine und hier gibt es auch noch irgendwie was. Ich wollte dazu machen, dass wir alle zur Not noch genug Punkte haben, falls einer das findet. Wofür haben wir das jetzt eigentlich hier aufgemacht? Hier gibt es doch gar nichts. Das ist total scheiße. Kommst du mit? Ja. Warte, ähm... Hier ist nix. Hier geht's noch lang. Alter. Da vorne ist nix dabei schon. Was ist mit der Tür hier? Geht nicht. Keta. Da vorne ist nix, sagst du? Keta. Da ist irgendwie schon... Warum legst du dich hin? Weil man hier drunter gucken kann. Naja. Ey, ich hab grad ne Tür aufgekauft, wo ne Perkfrasher drin war. Dann hab ich F gedrückt. Die hat nix gekostet. Aber dafür hat sie meine Waffe weggenommen. Oh, äh, gut. Dann könnte ich meine STG... Wobei... Kommst du mit? Ja. Hier in dem Durchgang gibt's noch irgendwie paar Türen. Einmal hier kann man lang. Genau. Bis dann die Kiste. Äh, rechts? Warte. Das sind dann aber zwei Türen, ne? Ja, egal. Okay, gut. Ich weiß nicht, wo wir da rauskommen. Ey! Wir haben was gefunden. Ein Teleporter. Darf ich aufsperren? Ja, dann hast du aber zu wenig... Ja, ist egal. Egal. Gut, dann müssen wir die Plattform noch verbinden gleich. Gehen die Türen auch? Nee. Ey, die geht. Die Tür geht. Juggerknock! Ich hab's, ich hab's. Oh, nice. Und jetzt haben wir genau zu wenig Punkte dafür. Headed Power. Was? Ähm, nein, da steht immer, the power must be activated, aber wir müssen, ähm... Ey, ihr könnt den letzten killen, ne? Wir haben Juggerknock gefunden. Du musst durch den, ähm... Du musst durch den Gang durch, durch diesen Steingang und dann bis zum Ende durchlaufen. Ist da ne Waffe? Äh, nicht wirklich, aber Juggerknock. Ja, witzig. Was bringt's mir? Ja, Juggerknock, Junge. Äh, Ketta? Ja, bitte. Komm mal, ähm, da zu, ähm, Pack-a-Punch. Wo Pack-a-Punch? Ja, äh, ne, zu dem Teleporter. Ja? Und jetzt schau mal auf Bohnen. Siehst du da auch so weiße Türen? Ja, rein zufällig schon. Lol. Ist das im Labyrinth, oder? Wo ist das, Mann? Das freu ich mir auch. Ja, gut, dann lass mal hier, ähm, nächste Runde einleiten, wenn nichts mehr dagegen spricht. Ja, aber die sieht man, die sieht man auch im Untergrund. Wir haben's jetzt gefunden, Juggerknock. Aber keiner hat die Punkte dafür, also... Ähm, ähm, wo kann ich den Zombie killen? Ja, mach schon. Alles super. Du musst den Toten Eifen. Jesus. Ich bin am Anfang so missbraucht. Oh. Okay. Ey, die Kiste ist wieder da, wo sie weggekommen ist. Die Schule ist aus. Äh, das ist nicht gut. Wir sollten die schnellstens töten. Das ist gar nicht gut. Ich hab ne K bekommen. Ich hab nur ne K bekommen. Äh, 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 Mace, Mace, wo bist du, Alter? Ähm, da. Einfach auf dem, offenen Feld rausgelaufen. Ach so, ich dachte, du kämpfst auch bei Juggerknock. Okay. Äh, soll ich kommen? Ja, wenn du willst. Klar. Okay, ja. Warte, warte. Vampire, komm mit. Da ist ne Thompson. Hinter dir. Da draußen geht die Hölle ab. Ich bin nicht nur einer gespawnt. Hört sich auf jeden Fall so an. Hinter die Thompson. Hier ist noch keiner. Ey, die Tür kann man auch aufmachen. Ja. Kommt gleich noch. Also, ich glaub, wir sind die Hunde erstmal los. Ja. Oder kommt da noch einer. Ne, erstmal nicht. Ey, das ist ne Kirche. Ja, da können die Hunde sowieso nicht rein. Eigentlich Zombies dann auch nicht nach der Logik. Ey, Jesus hat die Welt in der Hand. Cool. Jesus, der alte Sack. Der alte Sack. Aber zum Glück ging nicht Mohammed da rum. Also, wenn wir den beleidigt hätten, dann wär's, glaub ich, ein bisschen übler geworden. Lol, jetzt sind die Türen in einer anderen Farbe. Ja. Ja. Komm mal zu euch. Ich versteh das nicht. Die Map verwirrt mich. Ja, das stimmt. So gräulich, ne? Ja. Ey, wie lange brauchen die Zombies denn noch? Wir können alle beim Jugga campen, ne? Ey, Okan, du kannst auch noch kommen, wenn du willst. Ja, wenn ich den Zugang finde. Durch den, durch das Steinhaus. Genau, durch diesen Cobblestone-Gang. Ok, Jörg. Hä? Ey, hier gibt's noch links einen kleinen Gang. Was ist das denn? Guck mal hier, bei der Wand. Das ist, wenn man die Map nicht richtig, äh, designt. Genau. Das passiert dann. Woo! Man kann sogar Brennartner draufwerfen. Irgendwie kommt keiner. Also, wenn wir hinten. Ja. Was ist, wenn wir Jesus anschießen? Nein. War nichts. Hahaha. Hahaha. Das sieht geil aus. Und jetzt machen wir die Erde noch platt. Gut, ist der Hund dann jetzt auch mal endlich tot? Wieso sind noch 14 scheiß Hunde über? Also, bei mir steht noch Left 12 oder so. Die müssen ja eigentlich irgendwann alle kommen, ne? Im Moment, sind wir jetzt alle hier oder nicht? Ne, ich bin rausgelaufen. Achso, ja, gut. Dann laufe ich auch nochmal raus. Ich glaube, irgendwie sind alle am Anfang schon. Ja, ich glaube, die stecken irgendwo fest. Hey, Stark, ich komme noch nicht weiter. Ich komme noch nicht links. Äh, ich bin hier oben. Seht ihr mich? Ja, ich sehe dich eben. Sie ist ein Turm drin, ne? Toll. Ja, wo sind die denn jetzt? Äh, äh, war es alles so grau? Äh, die verrägten alle nacheinander. Das ist irgendwie, als wären die unsichtbar. Da kommst du überhaupt nicht weiter? Oh mein Gott, Leute. Was? Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Hä, die sind unsichtbar. Ja, was ist denn wohl hier unter uns? Das Labyrinth, genau. Na toll. Nein. Oder sind die nicht mehr sichtbar? Ey, hier kommt man nicht mehr... Hier kommt man nicht mehr dran vorbei, irgendwie. Ja! Weil der Hund ist. Oder? Okay. Nö, Hund nicht. Ja. Warum mutet das dann? Macht keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen alle mal kurz ins Labyrinth. Die haben sich festgesetzt. Ja. Sie sterben, eh nachher. Oh. Okay, wir müssen langsam versuchen reinzugehen. Am besten den Weg noch merken. Gut, hier geht's nicht mehr weiter. Ah, das sind alle... Hä? Das Labyrinth... Ich glaube, das Labyrinth ändert sich sogar. Ja. Ah, oben ist Monik gespawnt. Ja, Mann. Sammel ein. Ja. Ich glaube, die waren echt unsichtbar. Ja. Äh, wir haben... Jetzt kann man da durchrennen. Ich glaube, ich hab' wieder abkratzen. Ich glaube, wir haben nächstes Mal ein richtiges Problem, wenn die, äh, Hunde kommen. Ja. Ja. Gut, das ist, ich hab' ne... Ich hab' Double Tap, aber das Schlechte ist, ich hab' ne K. Oh, oh. Ne 100k-re Leitung. 100k. K-re. Wenn hier jetzt auch mal Zombies kommen, dann mal ja auch drei Kreuze. Aber hier kommt einfach nix. Hä, äh, kann es sein, dass die Zombies auch unsichtbar sind? Ist die Map jetzt verpackt? Hä? Ne, hier ist einer. Ja, die kommen, die kommen. Ah, okay. Die spawnen alle im Labyrinth. Hallo aus dem Labyrinth, boah. Boah, wenn du da unter der Runde im Labyrinth bist... Achso, Arschkarte. Warum spawnt eigentlich alles nur noch im Labyrinth? Das ist ja irgendwie auch ziemlich geil. Ja, erstmal Punkte für Juggerknock, dat ist klar. Dat ist klar, meine Freunde. Dat ist klar. Ich hole mir jetzt Jugger. Wir können auf jeden Fall unseren Spaß haben. Kommt denn echt nix mehr von woanders? Aber wenn die jetzt alle da unten spawnen, ist das doch voll leicht. Einfach nur den Eingang gemacht. Naja, höhere Runden wird es jetzt auch ein bisschen. Nö, da braucht nur einer einen Train laufen. Total easy. Alter. Ne, der mit dem Speed-Effekt fliegen wie Flash. Einfach immer schön Granaten reinwerfen. Und Molotows. Ja, Mann, so. Ne, einer ist im Rundgesprung. Ne, da muss einer immer darauf Acht geben oder so in der Richtung. Zwei nix. Los, los, schieß, schieß, schieß. Oh. Ach, der lebt immer noch nicht. Okay. Okay, zick. Jetzt aber. Zwei nix, zwei nix, zwei nix. Alter. Ich habe auch schon zwei Downs. Scheiße. Ich habe zu viel CSGO gejoggt, irgendwie. Ja, schadet aber eigentlich nicht bei COD. Ja. Aber für mich ist das voll komisch gewesen, weil wenn ich schieße dann in CSGO, dann hocke ich mich immer hin. Das wollte ich jetzt auch und dann habe ich mich hingelegt. Ja, gut, wenn man erst mal sammelt und dann, dann kann man das theoretisch eigentlich. Hä? Wie scheiße das aussieht, wenn man Juggernaut neben diesem Foto dann hat. Das, das verbackt immer untereinander so. Die Ebenen, äh, vertauschen sich immer. Das ist voll bescheuert. Ich habe kein Foto mehr. Ich habe auch nichts. Das Foto sieht voll kacke aus, irgendwie. So als Perk. Ach, nee. Ja, doch. Finste. Ja. Ich finde die Map generell irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja, das stimmt wirklich. Die wird auch erstmal deinstalliert, wenn wir fertig sind heute. Weil es kann, das kann sich meiner Meinung nach noch eine anderthalb Stunde ziehen, wenn ihr Bock habt. Also eigentlich noch die halbe Nacht. Aber zwischendurch muss ich halt irgendwann auch mal auf Klo, weil es drückt langsam wieder. Also irgendwann. Besorgt in die Flasche. Aber ich finde auch irgendwie, wenn man jetzt, wenn man jetzt die Map mit, keine Ahnung, Leviathan vergleicht, die Grafik und alles, also die Texturen und alles. Ja. Ja. Die sind. Wenn man jetzt Double Tapen wohnen geht, stirbt man. Ja. Man sollte eigentlich froh sein, wenn man es jetzt gerade hat. Hm. Hast du es? Aber uns fehlen eh noch einige Türen. Also wir müssen allgemein erstmal sammeln und dann halt irgendwie so einen großen Einkauf machen von Türen. Ja. Weil es gibt einfach nur so viel, was nicht geöffnet ist. Er ist hier. Oh mein Gott, der Typ mit den tausend, äh. Ey, ohne Scheiß, wir können jetzt locker mal 5000 Punkte jeder machen. Ey. Wenn der Boss kommt. Also ich hab ne Shotgun, das ist ziemlich leid. Wie ich es darf. Ist der immer noch hier oder nicht? Ja. Nein. Ach so, ach so, doch nicht. Ey, ist alles gut. Lass mich mal eben alles aufhalten. Ihr könnt den kurz wieder beleben. Ja. Gut. Der brennt. Die brennen alle. Ey, hier kommt. Ohne Scheiß. Das ist... Der stirbt nicht. Alter, das ist der Boss. Ah, das ist der Boss. Gut. Komm mal mit, Kollege. Wir machen jetzt erstmal hier paar Punkte. Ich hab einfach keine Mütze. Äh, wollen wir nicht irgendwann punchen gehen? Jetzt werden erstmal Punkte... Oh, gemacht. Nein, Scheiße. Warum kommt nicht noch einer von denen? Oh Gott. Oh Mann. Ey, von diesen Bossen könnten hunderte kommen. Das ist ja viel geiler. Genau. Einfach für Punkte. Oh, kann die Kiste in Labyrinth kommen? Äh, das will ich mal nicht... Das will ich mal nicht hoffen, genau. Das wäre echt scheiße. Ey, gibt's da oben noch einen Perk? Geier, Alexi, oder was ist das? Hä, die Kiste spawnt ja immer am gleichen Platz. Ja, das ist doch irgendwie auch schon gut, ne? Ja. Hä? Ey, wir können die Schule für 10.000 anzünden. Ja, das ist, glaube ich, Endgame, oder? Ja, lass mal lieber... Endgame für 10.000 ist doch... Das ist ja echt lame, ja, stimmt. Nee, ich hab vorher was gelesen mit 40.000. Irgendwo war das, ich glaube, in der Schule drin. Ja, stimmt. Äh, nee, stimmt. Man muss zu so einer Tür hin, da. Die Hintertür. Ja, genau. Dann kann man rausgehen. Also, was ist mit den, äh, Lit the School on Fire? Sollen wir das machen bei 10.000 irgendwie oder so? Ja. Ich kriegst ja die meisten Punkte. Äh, wer? Du? Äh, ich brauch noch Perks. Äh, hallo, könnt ihr nicht zählen? Ja. Nee, ich brauch noch Perks, deshalb... ...wenn ich die meisten Punkte haben. Achso, ja, okay, gut. Kann man sich denn mehr als vier Perks holen, oder geht das nicht? Ich glaub, hier gibt's so vier Perks, oder wie? Nee, hier gibt's mehr als vier, locker. Ah, nee, Deadshot, ja, mehr. Wofür soll man eigentlich einen Unterrichtsraum aufmachen, in dem gar nichts drin ist? Oh, okay, ich wollt mir jetzt da was hin. Das Bild von Jaga sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier ist Stemming Up? Gut. Nee, das, das bringt's, glaub ich, voll. Was ist hier drin? Ich hab irgendwie... Hier ist noch was anderes. Äh, wer will mitkommen, punchen? Danke. Äh, wie, wie punchen? Wie jetzt punchen? Ja, im Teleporter. Und wo? Wo genau? Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja voll seltsam. Holy fuck, ne? Äh, wie, beim Teleporter kann man punchen? Ja. Ja. Dann komm ich mit. Warte, ich mach eben noch ne Tür auf. Hier gibt's, ey, in diesem Unterrichtsraum, hier gibt's echt gar nichts. Das ist ja lustig. Soll ich einen üblichen lassen? Lass ja eben. Völlig umsonst aufgemacht. Ich wünschte mir, es gäbe bessere Waffen. Also einfach... Wo wartet zum Teleporter? Okay, dann lass mal zu viert dahin gehen. Der große, ne? Aber ihr müsst es nur noch ver... Ähm... Ja, okay. Ich bleib dann da, da. Weil ich hab eh nicht genug. Yeah. Sollen wir nicht noch ein bisschen bleiben und die Waffen leerschießen? Nee. Okay. Ey, warte mal. Ey, kein verkehrt. Oh, teleportiert sich. Press F to link Mindflame. Ey, das ist ja kacke hier in dem Raum. Ach, hier sind wir, ganz oben im Turm. Ach so, verstehe. Lol, da brennt's. Warum steht da immer wieder Power Must be activated? Voll seltsam. Lucians Barracuda. Völlig kacke. Ja, ich find die Map auch nicht gerade so geil, aber egal. Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen Zeit zum Spielen. Ey, du kannst den letzten killen, wenn du willst, glaub ich, ne? Wir spawnen jetzt, glaub ich, mit der Klasse oder dem Klasse? Nö, hier draußen. Nee, später. Nice. Ich würd mich nicht drauf verlassen, dass die wieder alle aus dem Labyrinth kommen. Das kann sich ändern. Hm. Wenn sie aus dem Labyrinth kommen, ist aber besser, ey. Wir haben mal Granate in den Korb zu werfen. Was ist das für ne Musik? Ah, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Warte, 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 warte. Nicht, dass die Gema kommt. Ähm, 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 Musik. Bitte leise, danke. Wir können das im Hintergrund irgendwie so ein bisschen laufen lassen. Ganz, ganz leise. Nach den 9 Sekunden darfst du, oder? Äh, ja. Ja, aber nicht, nicht unbedingt. Äh, ist die Double Barreled Shotgun eigentlich gut. Ey. Jesus. Gott, das wird immer lauter. Ja, ich weiß. Das ist the rhythm of the beat, Digga. Ja, okay. Ich kriege 1,14. Ey, es kommen wieder Zombies von woanders. Nicht viele, aber von woanders auf jeden Fall. Ich glaub, das hört sich mir so an. Ja, das hört sich seltsam an. Können wir nicht einfach mal die Zombies aus dem Labyrinth kommen lassen und jeder nimmt sich seine eigenen irgendwie mit? Weil es ist doch scheiße, wenn wir alle vier immer da kämpfen. Also, ist ja nur so ein Vorschlag. Weil es kommen, wie gesagt, von anders auch noch welche. Weniger, also einer maximal momentan, aber umso störender. Yeah. Das ist voll der Party-Mix im Hintergrund. Ja. Morgen hast du einen Kanal-Strike. Wo ist eigentlich Speedcola? Wieso morgen? Das kommt doch nicht morgen. Ja, oder? Typisch Signings. Alles kommt direkt immer am nächsten Tag. Das sind die YouTuber, wie man sie mag. Genau. So. Am besten wäre eigentlich die Thompson. Hier sind auch noch zwei Türen. Also, hier ist nur eine, hier ist auch nur eine. Geht alles offen. 56. Yeah, Baby. Ey, echt, ich wünschte mir gerade, dass die nicht alle mehr aus dem Labyrinth kommen, weil das ist einfach nur Scheiße, so. Ja. Vielleicht sollen wir es echt so machen, dass wir die rauskommen lassen. Hier kommt echt nichts mehr. Da. Nächster. Ja, gut, lass die mal rauskommen, alle. Wir müssen uns einfach jetzt alle, wir müssen uns einfach jetzt alle vom Labyrinth fernhalten, okay? Hubschrapp. Weil Camper sind wir halt nicht. Hoffentlich kommt dieser Boss-Zombie mal wieder. Ja. Ich vermisse den richtig. Uh. Es bringt einfach nichts mehr. Es ist einfach gerade total sinnlos mit dem Labyrinth. Es ist scheiße. Ja. Wirklich. Die Map ist echt komisch. Ja. Ja, da hast du recht. Ich hab doch nicht mal Charger. Wobei ich mich, wobei ich immer noch aufregend finde, was sonst noch in den anderen Räumen drin ist. Hä? Ja klar, es gibt doch noch andere Räume ohne Ende. Ich hab gerade irgendwie einen Perk von der Kiste bekommen. Hier ist noch eine Tür. Genau. Äh, lass mal ein paar Türen aufmachen gleich. Alter. Oh Gott. Keine Munition. Hier sind auch noch vier Türen. Alter, hier geht's auch wieder hoch. Was? Wie groß ist die scheiß Map? Die kann man auch wieder aufkaufen. Leute, wir brauchen alle Kräfte, die wir haben gleich. 32 Hunde. Leicht. Sind ja acht für jeden. Ich wette, die sind alle im Labyrinth irgendwo. Mann, die kommen nicht mehr. Ich war nicht mit der Irak. Das ist einfach schrecklich gerade. Ey. Toll. Hey, du kannst die Messer an. Dann kommt der Blut raus. Ah ja. Oder sie sind unsichtbar. Ey, das geht. Oder? Ja. Wie das aussieht. Ja, da breit irgendwas. Bleib doch mal ständig mit dem MG drauf. Hey, schau, ich kann da nicht weiter. Hey, meine Farbe hat sich geändert von der Waffe. Wenn du Messer an kannst, kannst du auch drauf schießen. Ja. Hä? Die sind einfach mal unsichtbar, glaube ich. Aber die greifen gar nicht an. Alter, wenn das so, oder so, von hier wie das kommt. Äh, Speedboot aus oben. Also, die Höllenboot ist mal wieder hier. Ich geh jetzt mal ins Labyrinth. Ah, jetzt ist die Mucke weg. Hä? Die sind unsichtbar. Im Labyrinth ist gar nichts. Ey, nicht auf mich schießen. Die greifen echt nicht an, die ganze Zeit nicht. Ja, das sind unsichtbar. Keine Ahnung. Ich lösche die Mäppe danach wieder. Ja, das mache ich mit allen. Freiwillig zocke ich keine Mäppe. Großartig so zweimal richtig lange. Außer Cargo, die habe ich gerne auch mal so gespielt. Die ist voll cool. Ja. Die habe ich auch von dir. Ich weiß. Call of Duty, World at War. Licht einsammeln. Gleich erst. Jetzt konnte er. Mach. Ja, mit Zähne-Taste-Trömer. Ja, ich weiß. Ich habe... Oh. Er ist ausgetan. Senpai ist offline. Ja, das ist ja super. Der ist immer noch auf der Map. Yo. Yo. Oh. Äh, ja. Hehehe. Äh. Und jetzt? Lollisch. Okay. Nääääää. Ja, ciao. Okay, ciao. Ciao. Loll. Oh. Hä, warum habe ich keine Affen mehr? Hat er doch Affen bekommen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Du Map ist komisch. Ist ja doof. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Boah. Du hast den gerade so zur Seite geschoben. Dann habe ich dem den Kopf weggeballert. Hier ist unendlich Muni. Aber ich komme nicht dran. Wie unendlich Muni? Ja, da drin. Ja, stimmt. Ja, schnell. Push dich durch. Nice. Oh, mit gepanschten Waffen ist das noch geiler. Ja. Oh, das wird Punkte geben. Hey, du Kack-Zombie. Leute, die Folge ist vorbei. Nächste Folge. Ähm, Keta? Ja? Ich muss leider aufhören. Oh. Ja gut, dann... Weil ich morgen eben zum Zug muss. Dann verabschiede ich dich jetzt auch schon mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Also dann für die Folge bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.